herzlich willkommen auf dem youtube-kanal von elektronikmagazin.com mein name ist es und ich gebe dir heute ein paar tipps welche beim kauf an internetradius machen solltest zuallererst auch wenn es auf jeden fall internetradius und ist erster linie dafür da ist dass man sich diverse sender oder andere dinge aus dem internet greift um sie zu hören empfehle ich doch auch dass man zu einem gerät greift das auch immer noch analoge signal unterstützt weil ja irgendwann in ferner zukunft ist keine analogen signalen ergeben aber da sind noch sehr sehr weit von entfernt aktuell gibt es noch sehr sehr viele schöne radios in ganz deutschland also radiosender die rein analog funktionieren und senden und wäre dann doch schade wenn man schon zu einem radio greift dass man dann ein gerät hat dass eben all diese sender schon gar nicht mehr empfangen kann von daher auf jeden fall ein auge drauf behalten dass man immer noch auch analoge signale erhalten kann falls ihr das radio ausschließlich oder größtenteils zu hause benutzen wollen die vielleicht sogar eine alexa oder in google home oder irgendein anderes smart home system zu hause habt empfehle ich auch hier drauf zu achten dass das radio damit kompatibel ist eben dadurch dass ein internetradio ist sprich halt über das internet seine funktionen erhält kann es hier sehr sehr gut sein oder gibt es hier sehr sehr viele modelle die eben diverse smart home features unterstützen von daher wenn man schon system hat oder vielleicht ich auch demnächst so ein system an die heran holen möchte empfehle ich auf jeden fall darauf zu achten dass das radio dazu kompatibel ist außerdem wenn man das vielleicht eben nicht zu hause benutzen möchte nicht nur zu hause benutzen möchte gibt es natürlich noch die frage ob man zu einem kabel gebundenen oder zu einem transportablen gerät greift hier würde ich grundsätzlich empfehlen es eben je nachdem zu entscheiden was man hauptsächlich machen möchte bei einem kabellosen sprich einem akku gerät auf jeden fall darauf achten dass die akkulaufzeit schön lange ist also ich würde hierzu nichts greifen dass unter zweistellig ist und als letzter punkt noch gerade eben wenn man schon zu hause eine sehr sehr hoch qualitative soundanlage hat oder ähnliches vielleicht darauf achten dass das radio dahingehend kompatibel sprich die richtigen schnittstellen anbietet weil bei diesen kleinen geräten ist es oftmals nun der fall dass auch wenn sie zwei lautsprecher haben oder ähnliches jedoch nicht die perfekte audioqualität liefern wie sie es könnten und gerade eben wenn man ein anderes system hat an das man es anschließen könnte auf jeden fall darauf achten dass man das auch kann genau so viel dazu ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen weitere informationen sowie ausgewählte radios findet ihr auf unserer homepage liegt dazu in der beschreibung ansonsten würde es uns sehr freuen wenn ihr diesen kanal abonnieren könntet bis zum nächsten mal vielen dank für das ansehen dieses videos um unseren kanal zu abonnieren klicke bitte hier für weitere interessante videos klicke hier oder hier